hallo an alle da draußen das ist ein neues video ihr habt vielleicht meinen short vor ein paar tagen gesehen wo ich hier die zwei battery packs nebeneinander stehen hatte bei dem einen war noch dieses ganze rote dieser rote kabelbaum drin zum gv balancer und bei dem neuen hier ist es alles super sauber und schön gelöst auf den ersten blick mit den neuen balance boards die ihr bereitstellt ja das war auch ein grund warum ich die v3 version damals genommen hatte ich habe ja schon drei packs von den v2 die die sich eigentlich nicht groß unterscheiden bisschen designtechnisches vorne die fronten ein bisschen anders und beim v3 ist auch der gv balancer intern verbaut unter anderem war auch ein grund oder der hauptgrund oder einer der hauptgründe waren auch diese neuen rails hier weil ich finde es super sauber wie das alles hier verlegt ist ja nichtsdestotrotz kamen meine meine packs sechs packs habe ich letztes jahr geordert ich glaube es war ende november oder so mit also kamen die sechs packs ohne diese ganz neuen boards sondern kamen mit und ich zeige euch die jetzt mal mit diesen boards ja die sind wie bei den v2 sehr ähnlich haben aber zusätzlich noch mal vorne diese balancing diese diese active balance anschlüsse ja wie ich die ausgepackt hatte und angeschaut habe habe ich mir gedacht irgendwas passt nicht zumal erstmal diese ganzen kabel hier vorne gefehlt haben dieser kabelbaum der zu den active balancen geführt hat hat gefehlt der active balance aber da und bei den active balancen war hier dieses kabel gewurschtel das il customizer mit den roten kabeln dabei ja ich dachte mir so ich habe doch aber die v3 bestellt und wollte doch eigentlich diese tollen balance boards ohne diesen ganzen lead zeug sie haben so faktis er hat gesagt ja ihr könnt die da auch verwenden ich schicke euch noch also meine verkäuferin bei er hat gesagt ich schicke dir noch diese kabel dieser adapter kabel jetzt und active balancen dann kannst du die auch verwenden aber und da kommt das erste aber da habe ich gleich gemerkt nee das ist doch nicht toll weil diese kabel hier die an den alten balancer dran sind an den an dem wir nennen sie jetzt mal balance ich nenne sie mal balance board ja hier die sind das kann man hier schon erkennen vielleicht halb so halb so dick vom durchmesser wie diese wie diese balance kabel und der balancer muss man ja wissen der kann bis zu vier ampere balance strom in die zellen rein schieben ja so was passiert jetzt wenn ich wenn das kabel das vom balancer eigentlich ist vom durchmesser durch diese vier ampere durch dieses kabel hier durch schieb das erhitzt sich natürlich oder brennt im dümmsten fall ab so und das wollte ich natürlich nicht und das war eigentlich der hauptgrund wo ich gesagt habe nee sorry ich werde das nicht tun ich werde nicht den balancer an dieses board hier anschließend mit diesen dünnen kabel zumal andere youtube kanäle auch deutschsprachige youtube kanäle schon gesagt haben ja ganz einfach da gibt es ein neues board und zwar hat es da auch schon probleme mit den balance mit den spannungen dann gegeben weil wenn dann hier balance strom reingeht dann funktioniert das alles irgendwie nicht mehr mit den mit den spannung sensing und so weiter so also waren die kollegen hier aus ja die waren aus so dann habe ich ihn kontaktiert und gesagt ja ich hätte gerne die neuen ja die neuen ja okay können wir bereitstellen müssen aber produzieren da sind wir momentan ein bisschen kurz so das war bis letzten samstag oder bis vorgestern vorgestern kam der postbote und hat mir hier dann diese neuen balance boards gebracht und ich habe mich auch dann gleich drüber gesetzt und habe die dann umgebaut oder verzieht versucht zumindest den ersten pack hier in revision zu schicken und die balance boards einzubauen und das hat auch ja mehr oder weniger gut geklappt und zwar würde ich jetzt bevor ich auf die ganzen details noch doch mach mal anders es hat mehr oder weniger gut geklappt ja jetzt mal noch mal ganz kurz die unterschiede bevor wir hier auf die ganzen problemchen mit diesen neuen balance boards eingehen die alten hatten auch problem aber die neuen haben noch mehr das erste war dass dass ich ja die alten packs weiter betrieben habe und zwar habe ich die betrieben mit muss ich mal ganz kurz noch mal hier rüber gehen ich habe das gerade schon englisch alles abgefilmt mit den standard kabeln die hier dabei sind ja und bei dem standard kabeln satz ist dieses ganze diese verbindung vom 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 bms zu diesen balance boards schon dabei ja und ihr seht hier vielleicht hier an der seite von diesem stecker ist wie so eine so eine schiene noch mal außen angebracht jetzt der fokus sieht jetzt natürlich nicht ganz kurz hier gut fokus an bekommt naja hier so sieht man es vielleicht ja hier an der seite an der rechten und auf der linken kante ist so eine schiene noch mal angebracht und zwar ist das ein verpolschutz dass ich die nicht falsch herum einführen kann hier sieht man es vielleicht noch besser beim weisen ja hier sieht man es hier an der seite auf der oberseite ist dieser verpolschutz so das ist an den kabel wenn ich die algen anschaue ja dann ist das schwarze pcb also das mit zwei a gekennzeichnet ist das ist jetzt noch das erste was mir was mit geschickt wurde das hat noch diese ausbuchtung hier oben dass ich diese dass ich diese stecke hier auch einstecken kann ja und beim weisen hört schon auf das ist ein qualitätsproblem definitiv hat hier ein qualitätsproblem die überschauen wahrscheinlich nicht mehr was sie irgendwie verbauen und es kontrolliert auch keiner ob das ganze zeug hier passt ja fakt ist hier kann ich diese stecker nicht einbauen gibt eine möglichkeit ich schneide einfach diese diese schienen am anderen ende des steckers ab oder ich breche hier diesen stecker hier auf ja muss ich halt immer darauf achten dass ich die verpolung dass ich es nicht verpole das ist wirklich in der richtigen richtung drauf gesteckt ist einmal falsch drauf gesteckt kann das hier für hände folgen haben möchte ich nicht ausprobieren habe ich auch noch nicht so das war ein problem so naja gut dann habe ich die ich habe aber trotzdem meine ganzen anderen pack so betrieben ich habe diese verpolschutze an den steckern zum teil entfand und habt ihr an reingebaut so das ging und läuft auch bis jetzt drüben im anderen raum laufen drei packs aktuell schon in produktion die zwei sind revision der eine fehlt noch weil hier ja bei einer batterie der pol oben ab ist und da komme ich auch noch zu einem anderen video gut dann kamen am samstag die neuen boards und ich habe mich total gefreut auch toll ich kann jetzt endlich meine meine packs fertig machen final fertig machen und lasst sie dann laufen so naja wenn ihr hier dieses ganze zeug sie seht das ist keine mäuse kacke ja schaut aus wie mäuse kacke ist es aber nicht sondern das sind überreste von überstehenden vom überstehenden schrumpfschlauch ja und die waren nicht an dem alten board sondern an den neuen boards und zwar ich kann euch das nicht mehr zeigen weil ich habe auch kein video zu gemacht aber an den neuen boards waren die schrumpfschläuche so weit über diesen terminals dass wenn ich diese terminals hier zusammenfassen würde oder auch allein runterschrauben würde würden die nur zur hälfte am terminal anliegen weil der schrumpfschlauch hinten übersteht das heißt das terminal werden diese 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 ringkabelschuh der würde niemals richtig hundertprozentig anliegen und würde mir vielleicht würde mir gute werte geben vielleicht hätte eine höhere einen höheren übertragungswiderstand und dann passen auch meine spannungen nicht und dann kann auch dieses ganze board und der das bms und der gv balancer nicht mehr richtig ausbalancieren ja das führt zu problemen früher oder später ein anderes problem das ich hier habe also das musste ich noch mal ganz kurz auf diese ganzen kabel schrumpfschläuche einzugehen das musste ich an fast allen terminals und ihr habt ihr acht mal zwei sechzehn terminals an jedem bcb board mindestens noch sogar mehr und da musste ich an jedem terminal diesen schrumpfschlauch einkürzen ja das ist eine scheiß arbeit dauert stunden aber gut ja ist halt diy auch wenn ich für mich jetzt sagen würde das gehört nicht im diy bereich aber ich habe es gemacht so ich habe mich wirklich hingesetzt und habe diese ganzen terminals dann hier gekürzt das zweite problem ist wenn ihr diesen stecker hier anschaut seht ihr dass die pins hier total durcheinander sind also der eine steht so oder andere steht so gut die kann man alle wieder hindrücken das muss man aber auch vorher wissen bevor man stecker drauf steckt weil sonst kann es sein wenn der zu sehr verbogen ist dass ich den wegdrücken und dann abbreche oder oder komplett runterknutsch dann ist es auch vorbei also auch ein qualitätsproblem so das sind ein paar qualitätsprobleme mit denen man noch halbwegs leben kann was sich auch geändert hat wollte ich kurz mal eingehen diese thermischen sensoren die sind jetzt aus metall und vergossen ja bei den alten sind die thermischen sensoren die hingen immer einfach irgendwo in dem gehäuse rum jetzt kann man zum beispiel dieses kabel so habe ich das gelöst ich schraube die nicht an zwischen den batterien rein oder was sondern ich schraube die einfach hier oben drauf weil die sind eher dafür da wenn eine zelle ablässt bilden sich ja temperaturen von sagen wir mal 200 250 grad und die würden ja erstmal im gehäuse bleiben und sobald dieser sensoriert diese temperaturen erkennt würde der sowieso alles abschalten ja das bms schaltet ab und gibt ein alarm aus beziehungsweise ich weiß nicht ob der aktiv balancer dann auch abschalten würde aber sei es wie es ist fakt ist die haben sie auch überarbeitet und zwar an jedem bord zwei hier sind das auch da im gegensatz zu den alten das waren so ganz kleine knubbeln vergossene knubbeln so bis hierher sind es noch problemchen mit denen ich halbwegs leben kann ja und ihr seht ich habe ja jetzt hier schon eins komplett umgebaut und war ich total stolz und happy wie das ausschaut weil es wirklich klasse ausschaut auf den ersten blick aber ich habe dann hier ein paar problemchen bemerkt und zwar kommen wir mal zu diesen rails ja das heißt ich musste ja diese diese pcb ist jetzt in diese alten rails einpassen also das heißt diese sechs schrauben hier hier lösen noch mal zwei und noch mal zwei lösen die alten alle die alten terminals alle abschrauben und die neuen da einsetzen so und da fing das problem schon an und zwar zeige ich euch mal wo das problem grundsätzlich liegt bei den alten pcb ist ja sind diese terminals wenn ich die hier senkrecht hochziehen sollte ja ungefähr zwei millimeter vom von der außenseite drinnen ja und zwar ist es bei allen so bei den alten pcb war das so bei den neuen pcb ist es nicht so bei den neuen pcb ist link die lötpunkte eigentlich fast an der außenkante von der von dem pcb board hier und ich habe das problem wenn das so ist und die kabel sind ein bisschen starre ich musste wirklich um 90 grad abknicken wie ihr hier seht dass die überhaupt daran passen ja das hat mich schon am anfang nicht so toll gefallen das problem was ich aber weiter was ich was ich weiterhin gesehen habe ist wenn ich die um 90 grad hoch knicke ja dann passiert genau das stopp und jetzt muss ich so sind dass ich den fokus bekommen so seht wartet ganz kurz seht ihr das da ich kriege die nach oben jetzt ist die isolierung ja aber schon da zu ende und dann kommen die die blanken leiter raus ja also die blanken das blanke metall so und dieses blanke metall wenn ich hier einfühlt hat im besten fall noch einen halben millimeter luft zur metall schiene hier außen das mag alles so lange funktionieren das mag nicht also ich möchte möchte gar nicht gut reden weil selbst beim sensing von den zellen über den einen lied über das eine kabel hier kommt ja die spannung von der zelle und über das andere kommt der ausgleichsstrom wenn der balancer aktiv ist der gv balancer und der schiebt vier amper strom hier durch so was passiert wenn dieses kabel hier an dieses strom an diese strom schiene oder ein anders kabel auch noch an der strom schiene dran ist ich möchte gar nicht wissen weil dann haben wir wenn es dumm läuft ein kurzschluss und dann geht es hier richtig ab in den kasten ja und bei 15 kilowattstunden speicher möchte ich das nicht haben das kann nicht sein dass dass das so ist ja also die neuen boards sind gut gemeint in meinen augen brand gefährlich also ich ihr könnt verbauen was ihr wollt es ist die dabei und ihr seid alle selbst verantwortlich für was ihr tut ja und ihr solltet auch so viel ahnung haben um sowas festzustellen aber ich kann euch sagen ich werde die so wie sie jetzt aktuell sind wie sie vorgesehen sind von ihm vermutlich sind sie so vorgesehen ich habe keine anderen instructions dazu bekommen so nicht verbauen was könnte man tun dass er also ich habe mir auch schon ich zerbreche mir schon seit zwei tagen den kopf und und überlege wie ich jetzt weitermachen mit den ganzen zeugs ja das erste ist den active balancer komplett weglassen ja das ist keine option der zweite option ist ich lasse einfach dieses kabel gewurschtel so wie es in meinen anderen drei laufenden packs drin ist jetzt erst mal laufen ja ist nicht schön ich habe eigentlich die packs wegen diesen dieser tollen kabel verlegung oder hier gibt es ja fast keine kabel mehr gekauft schade dritte option ist hier an den seiten wo diese leads und wo diese lötstellen einfach zu weit außen sind und diese kabel isolierungen abgehen irgend isolator anbringen entweder ein kunststoff oder oder isolations tape wie auch immer irgendwas was verhindert dass diese kabel hier eine verbindung zu der metall schiene ja die eine weitere möglichkeit die mir jetzt noch in den kopf gekommen ist ich mache hier die ganzen löt verbindungen auf und löte die kabel anders an entweder so in die richtung dass sie weg gehen oder dass sie nach innen zum bord wird gehen weil von der länge her würden sie so und so reichen aber da ist wieder das problem erst mal mit massiv arbeit verbunden und zweitens verwendet ihr hier so eine grütze das schaut aus wie all der kaugummi des zeugs ist zwar hat aber schaut aus wie ein alter angetrockneter kaugummi der schon seit zwei jahren unter den tisch klebt und ist auch so porös also man kann es nicht einfach so weg kratzen ja ja das sind jetzt aktuell die optionen die noch im raum stehen ich werde definitiv hier diesen pack nicht in betrieb nehmen der ist zwar schon fertig verkabelt aber zum glück hat hier noch nicht der aktive balancer irgendwann mal einschalten müssen weil ich laden ja aktuell nicht ja und der aktive balancer da geht lediglich ein sobald über eine bestimmten spannungsschwelle drüber geht ja das heißt der wird wieder zurückgebaut und da muss ich mir eine lösung suchen oder ich bekomme neue boards von das wird sich jetzt zeigen müssen wir schauen fakt ist so könnt also ich kann euch nur raten wenn ihr v3 oder v4 cases ich bin ich gehe schwer von aus ich habe noch kein v4 case in der hand gehabt aber ich gehe schwer von aus dass diese boards auch im v4 drin sind wenn ihr solche solche cases bekommt schaut euch diese balance boards hier richtig an und diese rails und wenn ihr die gleichen probleme habt wie ich euch jetzt hier in dem video erklärt habe und oder in meinem englischsprachem video zuvor dann kann ich euch nur raten nehmt die so nicht in betrieb mit aktiv balancern und auch und auch wenn kein active balancer dran ist weil ja die die spannungen müssen ja auch die dürfen ja auch kein kurzes haben zu anderen zellen sonst gibt es hier problemchen so mit diesen worten verabschiede ich mich wünsche euch trotzdem noch viel spaß beim basteln und beim stromernten und mit diesen worten adieu und ciao